assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen an alle nicht muslime das thema von heute ist kann man islamophobie durch gutes verhalten bekämpfen und hier gibt es eine antwort die man sehr häufig hört unter bestimmten muslimen dass sie sagen wenn wir uns nur richtig verhalten würden dann würden alle menschen den islam lieben und würden den islam toll finden und würden den islam annehmen schau dir mal an in indonesien die menschen haben den islam nur durch das gute verhalten der muslimischen händler die aus dem jemen wohlgekommen sind angenommen und indonesien ist heutzutage das größte islamische land aber diese antwort ist nicht ganz richtig es ist richtig mit dem richtigen richtigen islamischen benehmen kann man natürlich schon mehr offene herzen für den islam gewinnen das ist absolut richtig ob die leute in indonesien nur wegen dem guten verhalten muslime geworden sind ist mehr als zu bezweifeln denn wir haben keine genaue statistik oder ein buch wo genau dargestellt wird wie sie dort da war gemacht haben sowie die muslime dort da war gemacht haben aufgerufen haben aber es ist schwer zu glauben dass die leute einfach weil sich jemand gut benommen hat den islam angenommen haben und das kann auch nicht unser maßstab sein denn der prophet fried und sie mit ihm hat zu muad ibn jebel als er ihnen in jemen geschickt hat kurz vor seinem tod und ihn aufgerufen hatte da war zu machen hat er nicht gesagt lebe einfach unter den menschen und verhalte dich gut und dann werden die schon in islam annehmen und als der prophet muss aber nur mehr radiallahu anhu nach medina geschickt hat vor der hijra vor der auswanderung hat er auch nicht gesagt geh dorthin und verhalte dich einfach gut dann werden die leute schon automatisch in islam annehmen das ist nicht der fall sondern es war so dass diese menschen aktiv zum islam aufgerufen haben der prophet alle ist also im zehnten jahr nach hijra noch tor gegangen ist hat er dort aktiv aufgerufen ist zu den führern gegangen ist es wird auch gesagt er ist von tür zu tür gegangen hat auf dem marktplatz den koran vorgelesen es ist also nicht so als wenn er gesagt hat doch ja ich gehe einfach mal durch die straße und lächeln und dann werden die leute automatisch in islam annehmen muss aber immer mehr ist mit azad ibn zurara radiallahu anhu von tür zu tür gegangen von 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 viertel was heißt von tür zu tür von viertel zu viertel hat aktiv aufgerufen und muad ibn jebel ihm wurde aufgetragen dass er zu leuten von ahlokitab kommt dass das erste wozu er sie aufrufen soll sein soll angetepp ist also juden und christen als erste wozu er sie aufrufen soll 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 sein dass sie tochit praktisch war so und der prophet alle israel war nett war freundlich war hatte die besten charaktereigenschaften ist trotzdem bekämpft worden die besten charaktereigenschaften haben die propheten gehabt und wir sehen beispielsweise in surah 9 29 das ist die sotlanka boot die spinne da wird berichtet wie ibrahim da aber gemacht hat mit seinem volk es wird dort berichtet es nicht einfach durch die straßen hat einfach nur gelächelt war nett und freundlich und hat sie zum essen eingeladen und hat nichts über die religion erzählt sondern hat klar und deutlich die botschaft rübergebracht und deswegen ist dieses verständnis dass man einfach nur lächeln soll und freundlich sein soll und seine religion in eigenen vier wänden praktizieren soll und mit den leuten am besten gar nicht reden soll und dann werden die schon automatisch in islam annehmen etwas das dem koran widerspricht etwas das der sunna widerspricht also der herangehensweise des propheten und was dem logischen menschen verstand widerspricht denn wie viele menschen kennst du die vielleicht nett und freundlich zu wissen du kennst vielleicht atheisten die sind super nett sind hilfsbereit die die leihen dir dein auto aus deswegen wirst du jetzt kein atheist weil der weil der atheist nett zu dir ist das gute verhalten ist etwas was einen anzieht es ist aber nicht der entscheidende punkt der im endeffekt darüber entscheidet zumindest nicht in der regel ob du form davon überzeugt bis dass der koran das wort allahs ist es gibt gar keinen direkten zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen denn bei der dauer also mit einem nicht muslim beim aufruf bei der missionierung geht es im prinzip um vier punkte erstens gibt es einen gott einen schöpfer gott also das heißt die existenz gottes müssen wir beweisen so aber gutes verhalten beweist weder die existenz gottes noch beweist es das gegenteil weil wie ich schon gesagt habe ich kenne sicherlich auch atheisten die sich gut verhalten die hilfsbereit sind zweitens ist dieser gott der einzig anbetungswürdige hat er die gewaltigen eigenschaften das heißt die der tauchid die einzigartigkeit des allmächtigen gottes drittens war der prophet wirklich ein prophet gewesen alle ist und viertens ist der koran die botschaft des allmächtigen gottes darum geht es und nur weil ich nett und freundlich bin überzeugt dass ein nicht unbedingt davon dass der koran das wort gottes ist dass es einen gott gibt etc es ist etwas was den menschen näher bringt zur religion absolut er hörte lieber zu wenn wenn er mit dir gut klar kommt er interessiert sich eher für deine religion wenn du dich vorzüglich benimmst und das ist etwas was allah der allmächtigen gott sowieso von uns erwartet aber hier schaut euch mal an hier für ibrahim da war gemacht hat hier wir haben das hier 29 versuch an kaputt dort sagt allah subhanahu wa ta'ala über ibrahim alexander folgendes ab vers 16 wir sanden ibrahim ich lese es nur war auf deutsch vorher könnt es selber nachlesen nehmt den koran zur hand damit ihr seht wer die wahl erzählt wessen worte auf koran und sunnah basieren wessen worte auf legenden und märschen basieren dort sagt er und wir sand ibrahim als er zu seinem volk sagte was sagt er jetzt zu seinem volk sagt er jetzt ich lade euch zum essen ein und hat gelächelt das hat er vielleicht auch gemacht aber worum geht es hier dient allah und fürchtet ihn das ist besser für euch wenn ihr es nur wisst jetzt geht es weiter vers 17 ihr dient anstatt allahs nur götzen und schafft dabei nur eine ungeheuerliche lüge gewiss die in den jahren statt allahs dient vermögen euch nicht zu versorgen sucht darum bei allah die versorgung und dient ihm und dankt ihm zu ihm werdet ihr zurückgebracht und wenn ihr die botschaft für lüge erklärt so haben bereits vor euch andere gemeinschaften sie für lüge erklärt und dem gesandten obliegt nur die deutliche übermittlung der botschaft was passiert jetzt das war die klare botschaft was war jetzt die antwort des volkes war die antwort des volkes gewesen super du hast immer so gelächelt und zum essen eingeladen alles klar dann kriegst jetzt von uns ein preis vers 24 und die antwort seines volkes war nur dass sie sagten tötet ihn oder verbrennt ihn das heißt sie haben ins feuer geworfen da rettete allah ihn aus dem feuer darin sind wahrlich zeichen für leute die glauben und jetzt zeigt sich dieser charakter den ibrahim hatte diese standhaftigkeit die man zeigen muss heutzutage wenn man einige muslime fragt was ist gutes benehmen dann denken sie nur daran ja sanft reden und so weiter und wird sanft reden kann manchmal schlechtes benehmen sein in bestimmten situationen ist dieses ist es künstlich ist es lüge ist es nicht angebracht bestimmte situation war der prophet wütend da ließ in bestimmten situationen hat der prophet alle ist ja wut gezeigt geschrien weil es angebracht war weil es die wahrheit war weil er eifersucht hatte für seine religion ja was sagt die bremder nach schaut euch die entschlossenheit an ihr müsst euch vorstellt ins feuer geworfen worden und er sagte hat er jetzt gesagt oh ja er hat mich ins feuer geworfen dann sage ich jetzt lieber nichts mehr ihr habt euch ja anstatt allahs nur götzen genommen aus front freundschaft zueinander im dieszeiten leben aber der eins am tag der auferstehung werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen euer zuflucht ort ist das höllenfeuer und ihr werdet keine helfer haben das heißt er hat klartext gesprochen und ist ein schlechtes benehmen wenn man über die religion allahs gesprochen wird die botschaft zu verheimlichen indem man um den heißen brei red ich sehe manchmal leute die wollen oder vielleicht wollen sie es auch nicht oder die tun so als wenn sie zu allah rufen wollen und dann werden sie gefragt gehen juden und christens paradies und dann versuchen sie um den heißen brei herumzureden so dass der außenstehende alles verstehen kann er kann verstehen ja gehen ja nicht das ist eine an der botschaft das ist ein verrat an der botschaft dich fragt gerade jemand komme ich ins paradies wenn ich auf meinem weg bleibe und du als möchte gern scheech oder was auch immer und genau so nennen wir euch möchte gern schiuch fängst an um den heißen brei herumzureden ist das der weg von ibrahim a.s ist das der weg vom prophet mohammed alaihissalat wassalam als er gesagt hat la yasmu bi ahadu min hadhi al-umma la yahudi wa la nasrani thummu yamutu wa lam yuqmi biladhi ursiltu bi illa kana min ashabi nar jeder der von mir hört egal ob jude oder christ und dann seinen glauben nicht in dem bestätigt womit ich gekommen bin und dann stirbt in dem zustand wird zu den gefährten des höllenfeuers gehören und es gibt kein schlechteres benehmen als die botschaft allahs zu verheimlichen insbesondere wenn man danach gefragt wird allah sagt im koran oder was heißt kein schlechteres benehmen das schlechteste benehmen überhaupt ist schirk mit allah und dieses eines der übelsten charaktereigenschaften dass man angst hat dass man so feige ist zur botschaft allahs zu stehen allah sagt im koran inna allazina yaqtumuna ma anzalna min albayinati walhuda min badima bayenna hurin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumulainun wahrlich diejenigen die das verheimlichen was wir von den verdeutlichungen der rechtleitung herab gesandt haben nachdem wir es den menschen im buch klar gemacht haben jene wird allah verfluchen und die fluchenden werden sie verfluchen das ist also keine kinderspielerei das ist eine ernsthafte angelegenheit ist das schauen wir uns an schauen wir uns an was was musa sagt was bei musa passiert ist als musa mit der klaren botschaft gekommen ist ob er mit offenen armen empfangen wurde oder nicht schauen wir uns an so suche 40 vers 25 ich lese es nur auf deutsch vor als er nun die wahrheit von uns brachte das heißt musa brachte die wahrheit von allah zu fara und co was wurde dann gesagt sagten sie was haben sie gesagt haben sie gesagt oh boah du hast immer so nett zu uns gewesen und du hast ein nettes lächeln und du hast einen guten charakter jetzt nehmen wir den islam an und wir folgen dir die antwort war sagten sie tötet die söhne derjenigen die mit ihm glauben und lassen nur ihre frauen am leben das war die antwort könnt es selber nachlesen suche 4 vers 25 der prophet allah ist als er auf den berg safa gegangen ist und hat gerufen den alarmruf um alle stämme zu bringen und hat gesagt kauft euch selber vor dem höllenfeuer frei rettet euch selber vor dem höllenfeuer in nina wir um lackung beine die erwerben schädig ich bin euch ein deutlicher warner vor einer heftigen strafe was war die antwort war die antwort gewesen aber du warst immer nett zu uns gewesen du warst immer der beste für uns gewesen jetzt nehmen wir alle den islam sofort an nein die antwort war gewesen möge deine hände vergehen den rest des tages hast du uns dafür zusammengebracht und es begann ein kampf gegen ihn und seine folger in der folge dieses kampfes wurde somalia getötet der mit einem speer eine art speer in den unterleib gestochen wurde ja sehr ihr mann wurde getötet bielel wurde gefoltert der prophet alle ist das und wurde mit steinen beworfen beschimpft beleidigt das war der weg warum liebe geschwister ist es so wichtig für uns dies zu begreifen und ich muss es leider immer wieder immer wieder erwähnen weil ich gegen eine wand von leuten rede die etwas anderes vermitteln ohne einen einzigen vernünftigen beweis von koran und zimmer bringen zu bringen es ist immer nur alles vermutung oder irgendwelche beweise die gar nichts konkret mit dem thema zu tun haben aber sie wollen sich das gerne einreden warum weil dieser weg bedeuten würde dass die schmerzen erleiden müssen sie wollen aber gerne in ruhe gelassen werden und sie wissen genau wenn ich einfach nur zu kaffee und kuchen einlade dann werde ich ruhe gelassen das heißt die feigheit die man hat er hat feigheit gesagt der ist nun mal so das ist feigheit darf einen nicht dazu führen dinge von der botschaft zu verleugnen und zu verdrehen die klar und deutlich sind und ich sage es ganz klar es gibt leute deren innerer hochmut weil sie denken sie sind besonders intelligent und ihre innere furcht sie dazu gebracht hat die botschaft allahs zu verändern und ihre minderwertigkeitskomplexe gegenüber der westlichen welt minderwertigkeitskomplexe oh die haben ja dieses und jenes erfunden also hätten wir die botschaft richtig dargestellt hätten wir alle den islam angenommen das ist nicht die realität pharao und co das war eine zivilisation die man noch nie gesehen hat zur damaligen zeit heute noch wundern sie sich darüber wie sie überhaupt die pyramiden gebaut haben aber wie war musa gewesen wie war harun gewesen sie hatten ehre gehabt die macht gehört allah und den propheten und den gläubigen das ist das was wir verstehen müssen wir müssen verstehen islamophobie ist eine realität und sie kommt am meisten auf wenn der islam stärker wird was ist der beweis dafür abu hamza der beweis dafür ist die geschwister die sira und der koran wenn wir ihn genau lesen und ihn nicht so lesen wie es unseren gelüsten entspricht und wenn wir versuchen etwas hinein zu interpretieren was dort nicht steht der prophet als umar und hamza den islam angenommen haben gab es den härtesten schlag direkt danach ein monat später für die muslim in nekka nämlich was der boykott gegen die muslim im koran sagt allah in suche 6 34 vor die sind schon gesandte der lüge bezichtigt worden sind sie standhaft geblieben ob sowohl sie der lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen schaden zugeführt wurde bis unsere hilfe zum sieg zu ihnen kam der scheitern der satan ist der feind der gläubigen und der scheitern will nicht dass diese religion sich verbreitet